das schon alles schön hier drinnen so ich hoffe das könnte man nachher irgendwie umbauen so Aluminium haben wir wie viel ich glaube nicht viel im Eilen Indium Aluminium aber wir haben kein Zinn mehr Block of oder doch wir haben noch Zinn wie kommt denn das zustande wir haben Block of Iron Copper Ingots haben wir noch ok wie kommst du hier her wahrscheinlich oh mein Gott Schnell mein Schwert holen Boah da macht euch nicht meine Türen kaputt und ins Bett bevor die wieder anfangen gerade auch zu machen oh ich habe ich glaube eins vergessen da rein zu legen Copper komm mach Copper Copper komm mach Copper so ja habe ich vergessen genau das kann ich nicht dazu tun das habe ich dummerweise den Charcing Channel auch gebaut egal komm gib Copper her mach weiter Copper ähm Copper ja Bronze Bronze kann man jetzt überhaupt nicht mehr gebrauchen und wieso habe ich jetzt so viel davon und wieso habe ich jetzt so viel davon wofür braucht man Bronze das war dass man Aluminium benutzt so ich guck mal draußen zu essen und Schaufel holen ob ich irgendwo noch ein bisschen Aluminium Gravel oder anderes finde deshalb sollte ich mir als erstes ne 8 Ingots Aluminium da kommen 2 Ingots davon drauf glaube ich glaube ich was willst du von mir was willst du von mir ich hoffe ich habe mich nicht verzählt denn äh scheiße nein ich habe mich verzählt und das ist alles noch nicht voll äh das bedeutet ich muss jetzt alles super schön Iron Copper Zinn da oben haben wir jeden meinen Zinn was ist denn jetzt hier was Bronze brauchen wir wir brauchen Gold und wir brauchen Iron gut als erstes kommt Iron rein äh Gold äh Gold und Kupfer super das weiß ich jetzt natürlich nicht wieviel wievon wovon wie rein kommt äh so ich schätze mal hier fehlt noch 6 natürlich keinen direkten Block rein tun oh mein Gott ich äh bin einfach überfordert damit so 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 1 2 3 4 5 6 sie so komm nein 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 was es ist kein nein nein so erstmal das Bronze ist ganz unten ganz unten Gold gut was das geht nicht boah ich baue jetzt einfach eins davon ab scheiße man verliert ja alles dadurch das will ich ja gar nicht was habe ich jetzt da rausbekommen mir fehlt bestimmt 1 ja Molten Aluminium fehlt genau 1 Molten Bronze 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 ist hier drin nein es ist Gold es ist jetzt ganz unten nein Molten Iron Iron muss ich alles kaputt machen muss ich alles weg machen nein schade so es ist Iron da ist Aluminium drin es kommt als nächstes Gold Bronze gut muss ich das auch noch kaputt machen boah wie dumm kann man eigentlich nur sein das ist Gold dann kommt hier Bronze raus super zumindest haben wir das Bronze wieder geholt das mich jetzt naja freut denn Bronze brauchen wir noch was und Gold brauchen wir auch noch was ähm ich weiß jetzt nicht wie viel Gold brauchen wir so zwei Stück komm tue ich einfach mal zwei Stück da rein und Bronze brauchen wir bestimmt auch so zwei Stück tue ich auch mal zwei Stück da rein so Aluminium gehen wir mal auf die Suche natürlich nicht mit dem Block in der Hand äh weg mit dem Zeug wir bräuchten natürlich ein bisschen Iron und eine Spitzhacke oder haben wir eine Spitzhacke nein haben wir nicht gut ähm ich würde sagen wir können wir können auch gleich wir müssen gleich aufhören denn ich sehe schon dass wir 57 Minuten sind dann müssen wir das nachher irgendwann fertig machen was ich jetzt ziemlich doof finde hier drin ne da ist auch noch ein Creeper oh mein Gott geil so machen wir die Leute heute zutage platt so und ich suche einfach mal Aluminium Gravel Aluminium Gravel wenn nicht habe ich ein Problem ja und wir haben jetzt genau noch 57 Sekunden Zeit ähm Puh ich weiß jetzt nicht wo ich das herbekommen sollte es ist ja sonst immer genau hier oben gewesen nur wenn man es sucht dann findet man es nicht ich glaube unten der Quarry war noch was oder in der Turtle da laufe ich jetzt noch hin guck dann nach und dann mach ich Schluss für heute denn überziehen will ich ja eigentlich auch nicht was dumm war also die Folge heute war ziemlich naja ich will jetzt offen sagen unnötig Passiert mal Passiert mir immer wieder eher gesagt Aluminium Ne 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 Schade Sieht man noch irgendwas An Aluminium Nein Schade Leider nicht So Das ist Eisen Ja Ich fürchte Das ist alles Kupfer Und somit fürchte ich War es das für heute mit einer recht ernüchternden Stunde Ähm Ich freue mich wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet Tschüss und Haut rein Ich schade Ich schade Ich schade Ich schade